hallo meine freunde da draußen heute gibt es mal ein anderes tutorial ist ein wunsch tutorial von vielen vielen zuschauern ich habe da immer wieder in den kommentaren gelesen aber wie geht das mit dem team speak ich will auch mal auf dem team speak will auch mal mit euch sprechen ich kann das aber nicht und ich weiß nicht wo ich das her bekomme ich weiß nicht wie ich auf dem server komme und 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 ganz viele fragen so und ein paar davon möchte ich euch gern hier beantworten und zwar zunächst einmal braucht ihr dafür einen team speak client hier ist zu beachten dass ihr für euer betriebssystem das raus sucht wenn ihr windows habt windows wo ist x wenn ihr osx habt linux wenn ihr linux habt und so weiter so es gibt es auch für handy android und ios auf die unteren betriebssysteme oder systeme werde ich jetzt nicht eingehen weil ehrlich gesagt ich habe keine ahnung davon ich kann nur was zu windows erzählen da ich windows nutzer bin so wichtig ist wenn ihr ein 32 bit betriebssystem habt dann bitte nur die 32 bit version verwenden da die 64 version 64 bit version auf einem 32 bit betriebssystem definitiv nicht funktionieren wird bei 64 bit betriebssystemen da ist eigentlich egal da funktionieren beide aber ich empfehle wenn ihr ein 64 bit betriebssystem habt benutzt auch ein 64 bit 64 bit client zu sehen ist dass in der systemsteuerung also das findet ihr in der systemsteuerung was für ein betriebssystem ihr da habt wenn dort 86 x stehen sollte ist es auch ein 32 bit betriebssystem bitte darauf achten wenn es ein 64 bit betriebssystem ist dann steht dort auch 64 bit ok dann machen wir mal weiter ihr könnt ihr hier auswählen wo ihr das runterladen wollt also von welchem server von netplayers oder gamed.de ich lasse das in der regel auf standard bleibt euch überlassen und dann klickt ihr auf download dann wählt ihr den ordner aus ihr seht ich habe das schon runtergeladen daher werde ich das jetzt auch nicht machen wichtig ist ladet das in einen ordner oder dorthin runter wo es auch wieder findet vorzugsweise würde ich sagen auf dem desktop dort sollte es auf jeden fall wieder zu finden sein es sei denn ihr habt den desktop so voller icons dass ihr da gar nichts mehr wieder findet das ist dann ein anderes problem ok wenn ihr das dann heruntergeladen habt also ich lade das jetzt nicht runter dann geht ihr in den entsprechenden ordner und macht einfach doppelklick drauf oder rechtsklick und auf ausführen ja ich habe da ein bisschen mehr bei mir drin deswegen ist bei mir immer so dass das könnte bei euch ein bisschen anders aus aussehen oder hier öffnen genau öffnen ist das in diesem fall geht ihr auf öffnen dann öffnet sich das oder ihr macht doppelklick geht auch so dann geht ihr hier auf weiter dann lizenz ganz wichtig durchlesen gucken ob ihr damit auch einverstanden seid und bitte nur dann weitermachen wenn ihr damit auch wirklich einverstanden seid ich bin ehrlich ich habe diese lizenz nie wirklich gelesen ich habe immer nur runtergescrollt und sobald man runtergescrollt hat wird auch hier die möglichkeit aktiviert dass ihr ein häkchen setzen können und auf weiter gehen können vorher geht das nicht also ihr müsst auf jeden fall runter scrollen sonst geht es nicht und dann auf weiter ich mache das jetzt nicht weil sonst installiert sich das ich habe das schon installiert okay machen wir das weg ja ja weg damit so also wenn ihr das dann installiert habt habt ihr dann einen solchen client hier dieses so wenn ihr dann auf einen teamspeak wollt könnt ihr hier das wäre eine möglichkeit direkt verbinden er gebt ihr dann ein zum beispiel ts.namethos.de übrigens alle links und ips die hier erwähne schreibe ich noch unten in die video beschreibung so wenn ihr das dann gemacht habt hier die adresse eingegeben habt gebt ihr hier noch euren namen ein euren minecraft namen euren ausgedachten nick namen whatever ich empfehle wenn ihr auf einem minecraft teamspeak joint benutzt dort auch euren minecraft ingame namen damit das team dann jeweils euch auch zu ordnen kann und weiß mit wem man es zu tun hat ist eine empfehlung von mir worauf ihr achten soll benutzt bitte keine namen von irgendwelchen anderen großen youtuber das haben die meisten teamspeak server nicht so gern da kann man sich dann ganz schnell eine auszeit einhandeln ich habe es schon erlebt dass user dann auf anderen teamspeaks dann permanent gebannt wurden und nie wieder drauf durften es gibt auch teamspeaks da wird es dann mal eine stunde oder ein tag bannen oder was auch immer nutzt bitte keine namen von irgendwelchen großen youtuber oder so das hat man meistens nicht so gerne und was ihr auch nicht machen sollt benutzt bitte keine namen die irgendwie anstößig sind also saubere namen verwenden namen die ja die überall akzeptiert werden wie zum beispiel mein name name ethos den solltet ihr nicht verwenden ihr könnt anton felix weiß ich nicht minecraft männchen oder was auch immer verwenden ja bitte keine anstößigen namen verwenden so was kann auch sehr schnell zum bann führen so dann gibt es teamspeaks die haben ein passwort wenn ihr das passwort wisst dort eingeben bei uns gibt es kein passwort das heißt ihr könnt bei uns einfach so joinen und dann klickt ihr einfach auf verbinden sind wir auf dem server ihr habt gehört connected so wenn ihr in einen anderen raum wollt dann einfach doppelklick auf den jeweiligen raum ich gehe jetzt mal in meinen raum channel switch ja in der regel könnt ihr bei teamspeaks nur in die unteren räume also hier so labern räume oder sprechen räume talkräume oder wie auch immer sie benannt wurden bei uns heißen sie labern 1 bis 10 abc und so weiter wie gesagt doppelklick einfach so dann habt ihr die möglichkeit noch zusätzlich euch zu muten das heißt wenn ihr nicht wollt dass ihr gerade in dem moment gehört werden weil eure mutter ins zimmer stürmt und sagt junge du hast vergessen deine windel anzuziehen okay ganz so brutal wird es bei euch wahrscheinlich nicht offen aber egal ihr wollt gerade nicht dass da dass ihr zu hören seid dann einfach hier oben auf das mikrofon klicken mikrofon muted kriegt ihr dann zu hören und dann seid ihr gemutet dann hört man euch nicht mehr so jetzt sind aber mehrere in einem raum und die sind alle zu hören ich werde das jetzt nicht machen weil ich deren einverständnis nicht habe zu der aufnahme ich habe die nicht vorher gebracht das ist auch ganz wichtig wenn ihr ein teamspeak aufnehmen bitte alle beteiligten in dem jeweiligen raum erst fragen wenn auch nur einer nicht damit einverstanden ist dürft ihr es nicht aufnehmen und ihr dürft es auch nicht veröffentlichen sowas kann eine menge ärger geben rechtliche probleme also nicht machen am besten gar nicht aufnehmen teamspeak es sei denn ihr wollten video mit videopartnern produzieren dann in die entsprechenden räume wir haben so für sowas hier aufnahme räume auch gut dann wie gesagt wenn ihr dann mehrere leute drin habt und alle quatschen alle quatschen und ihr wollt dann nebenbei vielleicht ein video gerade mal kurz angucken oder kurz musiktitel hören und die quatschen alle dazwischen ihr hört dann nichts mehr dann schaltet ihr euch auf so dann ist das sound genutet und alle die da sprechen sind stumm ja ihr hört dann kein mehr gut das dann dazu jetzt trennen wir nochmal die verbindung es gibt ja noch eine andere es gibt ja noch eine andere möglichkeit sich zu verbinden und zwar über die favoriten ihr könnt nämlich mehrere server auch abspeichern so das machen wir hier in favoriten verwalten ich habe da schon ein paar drin das sind so die teamspeak wo ich mich hin und wieder bewege so jetzt wollen wir aber dass dort ein neuer teamspeak entsteht also eine neue eine neue adresse reinkommt und so weiter gehen wir hier auf neuer favorit hier oben klicken da drauf dann hier neue server dem server geben wir jetzt einen namen halligalli einfach mal so ne weiß halligalli ist oder irgendwas keine ahnung ich weiß nicht mal ob es überhaupt einen server gibt der so heißt aber man kann es ja mal probieren so jetzt wollen wir hier halligalli schreibt uns mal klein halligalli moment punkt de machen wir einfach mal ich weiß es nicht ob es den server gibt wahrscheinlich eher nicht ist ja auch nur um euch das zu zeigen so hier das ist ganz wichtig die adresse müsst ihr auf jeden fall richtig eingeben das ist die adresse wo ihr joinen wollt das ist die sogenannte ip des servers so und es kann auch sein dass es hier ja also hin und wieder so 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 zahlen ip gibt in dem fall die vollständige zahlen ip mit mit dem mit der zahl hinter dem doppelpunkt das ist ganz ganz wichtig also da kann dann sowas stehen wie zwei fünf punkt drei sechs zwei punkt was machen wir hier eins sieben fünf und dann auf einmal doppelpunkt und dann steht dahinter noch eine vierstellige oder fünfstellige zahl das müsst ihr dann so vollständig eingeben keine ahnung ob diese server existiert können wir ja gleich mal ausprobieren dann nächste punkt hier da gebt ihr eure nicknamen ein das andere könnt ihr alles auf standard lassen das braucht ihr nicht ne so das wäre dann schon alles es sei denn ein teamspeak hat irgendwie ein passwort das könnt ihr dann auch noch mit abspeichern und dann wenn ihr das gemacht habt geht ihr auf anwenden wenn ihr das dann habt könnt ihr dann theoretisch schon auf den server joinen ich werde das wahrscheinlich da nirgends joinen können so machen wir das hier bestätigen wir das mit ok dann gehen wir in unsere favoriten gehen wir mal auf halligalli kommen wahrscheinlich nicht rein hey connect to server code not to reserve hostname ok gut den server gibt es nicht aber ihr könnt dann einfach hier so über die adressen dann rein joinen ich gehe jetzt mal so kacken dreist auf kalles ts jawoll so da bin ich natürlich direkt in meinem raum ich habe das so abgespeichert so da könnt ihr hier dann auch direkt wechseln oder was ihr auch machen könnt ist auf mehreren teamspeaks zu gehen da einfach auf favoriten gehen rechtsklick auf den jeweiligen server verbinden an einen neuen tab dann seid ihr auf zwei teamspeaks so ich möchte mich hier auch mal komplett weil das wäre sonst ein bisschen ungünstig wenn jetzt einer reinschaut und wird da auch mitgenommen mit es wäre nicht gut ok also das heißt ich bin jetzt auf zwei teamspeaks ich empfehle euch mutet ihr euch immer auf einem teamspeak das ist ganz wichtig wenn ihr zum beispiel ich bin jetzt hier auf kalles ts und will mich bei meinem muten da gehe ich hier rechts klick drauf und dann klicke hier zack das alles aus oder an je nachdem wie ich das haben will ne könnt ihr machen wie ihr wollt ja gut ich hoffe ich habe euch damit auch ein bisschen helfen können mehr gibt es eigentlich erstmal nicht dazu sind jetzt sozusagen nur diese grundfunktionen die ihr benötigt mehr braucht ihr eigentlich nicht erst mal der rest der kommt dann von alleine könnt ihr dann noch zusätzlich lernen ich wollte euch erstmal nur zeigen wie ihr joinen könnt wie überhaupt an teamspeak dran kommt und so weiter wichtig dabei ist dass ihr auch ein mikrofon habt oder ein komplettes headset also kopfhörer lautsprecher lautsprecher empfehle ich eher weniger das kommt führt dann meist zum echo ihr selber hat das echo nicht aber die anderen hören es definitiv also ich empfehle euch setzt euch kopfhörer auf für ein teamspeak oder benutzt ein headset ganz wichtig und ein mikrofon sollte dabei sein wenn ihr kopfhörer verwendet ok ich sage bis zum nächsten mal und tschüss